Diana Palaske muss in der siebten Folge von Let's Dance mit einem Samba zu Bailando überzeugen. Und man muss sagen, der Anfang ist ja knöler mit den Gitarren. Und wie man das so an dem Kostüm verbunden hat, also richtig geil. Und dann tanzt man hier auch noch zu dritt. Also auch das Kostüm von der Palaske, das ist ja mal geil. Was haben die denn da zusammen gebastelt? Das sieht echt nach was aus. Auch hier von Massimo und dem sozusagen kleinen Zusatz-Tänzer, sag ich jetzt mal. Nicht einfach bloß so hier langweilig schwarz-weiß, sondern da auch sozusagen noch ein bisschen Farbe reingebracht. Sieht super aus. Also der Anfang wirklich schön Show gebracht. Kostüme toll und tänzerisch stimmt das hier sowieso. Also endlich der erste Tanz des Abends, wo wirklich alles stimmt. Und es wirklich Spaß macht, sich das anzuschauen, was nach was aussieht. Und so bisher sozusagen hat alles, beziehungsweise hat hier und da nicht immer alles gestimmt. Also ich würde mal sagen, das sieht ganz schwer nach Tanz des Abends aus. Also wirklich super. Also ich meine natürlich gar nicht das Tänzerische, nicht wirklich bewerten. Aber für mich sieht das nach was aus. Dadurch, dass alle drei Komponenten, die wirklich sozusagen bei sowas wichtig sind, gut überzeugen. Wobei man natürlich auch sagen muss, das Lied könnte besser sein. Die Cover-Versionen sind immer schlecht gemacht, aber da das ja überall gleich scheiße ist bei jedem Tanz, muss man darüber hinwegsehen. Tänzerisch, Show, Kostüme super, da bin ich schon völlig zufrieden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.